Hey Internet und YouTube, zurück bei TheEvilUFN. Ähm, ich hab neu geladen, weil ich verwirrt war, nach ein paar Minuten, weil ich die Waffen nicht wechseln konnte. Und jetzt sind sie nur noch auf den F1-Tasten. Es war auf 1, 2, 3, 4 und jetzt nicht mehr. Und ich weiß nicht warum. Und das war ganz peinlich und deswegen fahren wir jetzt nochmal mit dem Fahrstuhl hoch, auch wenn es für euch das erste Mal ist. Nicht wahr, Josie? Dieses Spiel macht einen Wahnsinn. Ich stelle einfach die Tasten um, aus dem Nichts. Man weiß, was als nächstes passiert. Dankeschön, es war bezaubernd. Ein langer Gang, Joseph. Und ich kann nicht sprinten, das bedeutet nichts Gutes. Hier passiert was. Dings to Kidman geht's gut? Mir gefällt nicht, dass sie sie als Köder benutzt haben. Als würde jemand mit uns spielen. Halt durch. Ist nicht mehr weit. Ich kann auch immer nicht sprinten, YouTube. Nichts Gutes wird jetzt passieren. Nichts Gutes. Das sind nur zwei. Die schaffen wir. Nein, das ist keine... Super. Danke, Joseph. Ja, Joseph. Und hier hatte ich das Problem, dass ich nicht auf die Snipper wechseln konnte. Weil ich 1, 2, 3, 4 gedrückt habe und war total verwirrt und deswegen... Es war peinlich. Oh Mann, ich konnte aber nichts dafür. Ich hätte es mit Leertaste machen können, aber... Na ja! Und... Nichts zu danken, Joseph. Alles klar? Mir geht's gut. Keine Sorge. Oh, keine Munition! Vorsichtig mit dem Ding, okay? Das hast du genau ausgerechnet, hm? Du hättest sie einfach lassen sollen. Was zur Hölle? Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist besser so. Was soll der Scheiß? Oh, na, super! Wo kommen die überhaupt her? Können die mit dem Lift fahren? Wir hätten doch nur das Ding hier wegtun müssen. Die Leiter, kann ich die Leiter noch wegtun? Wieso haben wir die hier gelassen? Tu sie weg, tu sie weg, einfach. Oh mein Gott, Joseph. Das ist doch bekloppt jetzt. ADF-Tasten! Was ist der Maker? Was ist der Maker? Oh, Munition, I like it. Oh, no. Was tut mir? Was sind die? Langsam, mein Freund. Oh, shit! Was war denn das? Was war das? Ah, der da drüben! Komm, sieh das Ding! Immer solange er dich nicht trifft, oder? Was ist das? Na, hier zwei! Hörst du jetzt wieder auf? Nee. Okay, gut, gut, gut. Also, ich hab Zeit! Ich hab Zeit! Ich muss es töten, oder? Ah, nee, es ist oben! Es ist oben, Josy! Josy, komm! Josy, komm! Riecht dir noch irgendwo was? Schnell, wir lang! Bin schon hier. Oh, wird mir jetzt nicht depressiv, Josy! So, eine wunderschöne Umgebung hier. Und Kisten! Eine Menge Kisten! Munition! Oh, mich macht er wahnsinnig. Ich drücke dauernd die Einsertasten. Ich war bis jetzt dran gewöhnt, und jetzt muss ich mich umstellen. Und ich weiß nicht, warum. Oh ja, Munition ist gut, Joseph! Allerdings bedeutet das auch, dass hier nichts Gutes passiert. Das ist nämlich ein öffentlicher Platz. Sieht nach einem Marktplatz aus. Oder so. Sieht verlassen aus. So wie alles hier. Wir sollten weitergehen. Ey, ey, ey. Wir sammeln hier erstmal die Punkte ein, okay? Hier liegen nämlich jede Menge Punkte. Naja, jede Menge, aber hey. Oh, ist das ein Schatztruhe? Gib mir! Nicht mal ein Piepsen gehört, hm? Tja. Lass mal hier den Profi alles machen, okay? Und, falls es zu Missverständnissen kommt, Profi meine ich mich. Falls irgendwelche Unklarheiten da waren, okay? Ja, das könnte jetzt noch ein bisschen dauern, bis hier die ganze Stadt zerlegt ist, okay? Aber es lohnt sich. Ach so. Ach so. Joseph. Ich hab mir hier das Tonband angehört. Du kannst doch nicht dazwischenreden. YouTube regt sich auf. Was meinst du mit schwerer sich zu bewegen? Was redest du? Die regt sich schon auf, dass ich Witze mache hier. Oh, ich werde niemals damit aufhören. Tschau. Niemals. Okay, haben wir was übersehen, Chausie? Irgendwas? Wahrscheinlich haben wir irgendwas übersehen und YouTube wird ausflippen. Ich zerstöre zehn Stunden lang Kisten. Aber eine übersehe ich. Und die Hölle bricht los. Hier ist noch was. Hat sich doch rausgezahlt. Übrigens, die Bolzen sollte ich vielleicht, oder? Bolzen... ähm... ähm... Nein? Was? Nichts drinnen? Oh, warum habe ich das Gefühl, es ist irgendwo noch ein geheimnis Geheimnis? Hier ist eine Statue. Hier ist die Statue. Hier ist eine Statue. Endlich mal wieder ein Schlüssel. Wartet. Oh mein Gott. Hätte ich das übersehen? So, das Problem ist, wie komme ich hier rein? Ähm... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seht ihr? Da war doch glatt was zum Übersehen. Okay, wie? Wie genau? Aufschlagen scheint ja nicht ganz zu... Oh, hier, hier. Kann ich hier durchkriechen? Yes! Halleluja! Da steht sie doch gar nicht. Yes! Gott sei Dank. Gott, ich wollte schon weitergehen. Oh man. Da stößt ihr hunderttausend Kisten. Aber den Schlüssel und die tausend Dingpunkte, lasst du legen. Das wäre ja echt peinlich gewesen. Kaum erwähnt. Okay, aber das war es jetzt, oder? Wir haben den Schlüssel. Ja, vielleicht ein paar kleine Punkte noch übersehen. Irgendwas muss ich euch lassen, YouTube. Irgendwas muss ich euch lassen. Aber die lasse ich euch nicht, die hundert. Ähm. Ah doch. Was denkst du, wo wir sind? Du meinst wohl wann? Die Gebäude hier sehen aus wie im Mittelalter. Ja, aber es gibt Elektrizität. Aufzüge. Dieser Ort ist nicht real. Wie ein... Wirrwarr aus Erinnerungen. Ich hab meine Axt, Joseph. Alles wird gut. Außer, dass ich nicht sprinten kann. Kaum erwähnt. Oh, Scheiße. Lass uns hier kurz verstecken. Ah. 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 Hat es sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall. Ich hab mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir können nicht alle perfekt sein. Meine Arbeit hat nie drunter gelitten. Aber hey, du hast den internen Bericht gelesen. Ich hab dich nicht gemeldet, weil ich mir Sorgen um deine Arbeit gemacht habe, Sebastian. Warum denn sonst? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich brauche meinen Partner. Ich zähle auf dich. My love is in the air. Oh. Cotton Fragment. Excellent. Excellent. Vielleicht. Irgendein Kult. Könnte hilfreich sein. Mir geht's gut. Nee. Wir sollten besser weiter. Es geht nicht immer nur um dich, mein Freund. Es geht nicht immer nur um dich. Komm, tu nicht so, als würdest du verstehen, was hier steht. Das ist eine irre Sekte. Ende. Im Gelände. Okay. Ähm. Ich hab den Schlüssel. Deswegen werden wir hier kurz zurückkehren. Das ist mein Ding, Joseph. Okay, ich will Punkte, Punkte, Punkte. Links waren wir bis jetzt besser, richtig? Von den Punkten. Hier unten rechts. Da will doch niemand hin, oder? Na ja, okay. Ich mein, ist ja nicht so schlecht, richtig? Ich mein, ist ja nicht so schlecht, oder? Ach, shit. Na ja, was man hat, das hat man. Nächstes Mal. Völlig umsonst, ja. Viertausend mögliche Pünktchen. Oh mein Gott. Okay, Waffen. Pistol. Feuerrate wäre nicht schlecht. Genauigkeit wäre nicht schlecht. Kritisch wäre nicht schlecht. Kann ich mir hier irgendwas leisten? Nicht bei den wichtigen. Magazinkapazität. Ja, natürlich. Komm her. Komm zu mir. Schadensmultiplikator. Nope. Kapazität. Ja, das wäre drinnen. Mhm. Kapazität wäre aber auch drinnen. Ein Schüsschen. Oh, vier. Fünf. Oh, schabernack. Granaten. Finde ich so wenig. Deswegen. Ja, es ist ohnehin nichts drinnen. Nahkampf schon, ja. Es ist nichts drinnen, außer... Ach, leider geschwinde ich. Magazinkapazität. Genauigkeit. Genauigkeit. Minus 0,10. Ist ja Wahnsinn, oder? Ist ja Wahnsinn, oder? Na komm, die... Die 500 gönne ich mir noch, okay? Da kenne ich gar nichts. Oh, wir haben noch eine Nachladegeschwindigkeit. Hier ist gar nichts mehr drinnen. Aber weißt du was? Nehmen wir auch. Komm, was kostet die Welt? Punkte. Kostet sie. Was soll's? Bisschen hier, auch in anderen Dingen. Ja, meine Güte. Macht doch nichts, nicht wahr? Zuckerpöppchen. Wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. rancheras. Tschüss. Tschüss. Tschüss.